Hallo, äh, äh, buh, ha, 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 hallo, hat da was? Hallo und herzlich willkommen zu, ähm, ja, zu was eigentlich, zu Indivisible Part 13. Oh, das war ein schwerer Start gerade. Ich bin noch ein bisschen müde, Nachtschicht und so weiter. Ja, wir ballern ein bisschen sinnlos mit unserem Bogen rum, aber deswegen habe ich euch heute nicht eingeladen, hier meine Folge euch anzutun, sondern ich möchte ganz gern mal neue Gruppenmitglieder zeigen, oder? Das würde ich ganz gern mal zeigen und zwar, wen holen wir mal raus? Ich würde sagen, Zepai, holen wir mal, oder Tunga ist eigentlich nicht mehr so stark irgendwie, finde ich. Holen wir dafür mal den Kushi mit, oder? Gegen seinen Honig haben wir mal gesehen, der kann so heilen. Also ich habe mir gerade in der Aufnahmepause überlegt, ähm, ja, im letzten Part war ja so praktisch wieder mein Reinkommen-Part, weil ich jetzt schon länger nicht mehr gezockt habe und das ist mir aufgefallen, hier den Kushi habe ich, glaube ich, noch gar nicht so mitgeholt. Ich würde sagen, den holen wir jetzt mal mit. Kushi kommt mal mit, der kann mal zeigen, was er drauf hat und ich glaube, der konnte irgendwie die Formen wandeln und irgendwie so eine, also seine Angriffsformen wandeln und dann irgendwie so eine Eule rufen oder sowas. War das nicht so? Da ist doch so eine Eule. So, gucken wir mal, was er kann, wenn ich da so A runterdrücke. Oh, das gefällt mir schon mal ganz gut. Das ist schon mal locker. Ist ein dreifacher Angriff da, geht auch super schnell. Also er hat jetzt irgendwie seine Eule auf der Hand. Irgendwie konnte ich die, glaube ich, auch noch, konnte ich sagen, verpiest dich oder sowas. Ich schicke gleich mal dazu. Wie konnte ich das? Ups, jetzt habe ich spezielle Attacke ge... Jo, alles klar. So, war das hier der Splash-Angriff? Ja, genau. Da wird nicht jeder getroffen. Nein, nein, Kushi, Kushi. Nein, Kushi. Moment, so, was konnte der? Konnte ich das irgendwo an... Fähigkeiten, genau. Boomschuss, Axthänger, wat? Ah, okay. Achso, nee, das sind Boomschuss, was ist das? Achso, okay, nee, das wollte ich auch nicht wissen. Indias Lektionen. Was? Drücke LB kurz bevor du getroffen wirst und dann X. Kontere den Angriff eines Feindes mit einem schweren Faustschlag und beginne einen Kampf. Mhm. Jo, alles klar. Vorheriges Menü. Nee, wollte ich eigentlich nicht wissen. Tastenbelegung, Kampfsteuerung. Oh Gott. Nee, nee. Wo war das? Wo ging das? Könnte ich das hier nicht sehen, was für Fähigkeiten die Leute haben. Machen wir einfach mal weiter. Jo, blocken. Ganz große Kunst. Hat ja nur noch so wenig HP. Sehe ich das gerade richtig? Der ist ja fast down. Oh, die Dinger sind echt gefährlich. Ich mach die jetzt mal irgendwie down oder versuch's zumindest mal. Krieg ich Spezialfähigkeit hin? Nee, machen wir mal A. Und fliegen irgendwie durch die Gegend. Warum fliegt der jetzt weg? Hallo? Nee, komm wieder. Wo fliegt der hin? Was ist denn los? Warum ist der jetzt... Ist das jetzt so ein... Achso, okay. Irgendwie hat er so einen Angriff gemacht aus der Luft. Und jetzt ist er wieder da. Komm, wir müssen den mal down bekommen. Oh weh, oh weh, oh weh. Das ist ja super. Kushi, das klappt ja traumhaft mit dir. So, äh, jo, Spezialangriff. Feuer den mal weg, bitte. So, wunderbar. Hab ich damals nicht Angriffe gehabt? Äh, ja. Irgendwie so, wo ich mehrere Gegner angreifen konnte. Auch hier, die kann ja gar nichts mehr irgendwie. Die macht ja gar keinen Schaden. Was ist denn da los? So, was ist, wenn ich da nach vorne drücke? Na, dann macht er einfach so beschissene Angriffe, sag ich jetzt mal. Die haben mir jetzt nicht so zugesagt. So, bam, bam. Und jetzt mach, mach, nee, mach gar nichts. Genau, was ist deine Spezialfähigkeit? Oh, die ist aber spezial. Hä, ging das jetzt nicht? Moment mal. Hä, ich drücke RB. Ich bin nicht bescheuert. Ich habe RB gedrückt. Kann ja keine Spezialfähigkeit. Nö, kann er nicht. Nur doof zuschlagen. Alter, Kushi, was ist denn mit dir los? Irgendwas stimmt da mit dem Kushi nicht. Da müssen wir noch ein bisschen reinkommen. Ich weiß nicht, ob ich den Kushi weiter dabei haben will. Kushi gefällt mir nicht so. Wie geht denn gegen das da? Kann ich wegschlagen mit der Axt oder wegsprengen? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Jetzt kann ich hier runterfallen und dann bin ich down, oder was? Nee, irgendwie sieht das so aus, als ob ich hier... Das ist ein Geheimnis, oder? Sind wir uns einig? Fast. Nee, fast ein Geheimnis. Oh, nee. Oh, mein lieber Gott. Oh, weh, oh, weh. So, kannst du irgendwie... Ah, jetzt. Das sieht doch spezialfähigkeitsmäßig aus. Oder auch nicht? Nee, jetzt habe ich wieder die Stellung mit ihm gewechselt, oder was? Jetzt fliegt er da oben rum. Ich raff's nicht, ey. Was macht denn der da unten? Hä? Also, ich brauche drei Aufladungen, dass er wirklich hochfliegt, oder was? Ich raff's nicht. Habt ihr das jetzt gesehen? Also, man hat ja kurz gesehen, wie Kushi auf den Boden gefallen ist und nichts mehr gemacht hat. Das war, weil ich nur einmal mit A nach oben drücke. Das mache ich jetzt mal wieder. A nach oben. Dann sieht man so kurz, wie er ihn hochfliegt. Und dann fällt er wieder zu Boden, weil ich nicht genügend hochfliege mit ihm, oder was? Also, weil die Eule nicht genügend Kraft hat, oder wie soll ich das verstehen? Jetzt fällt er gleich zu Boden, wenn ich das nicht wieder nachpatche. Ich mache das jetzt mal. Oh, das war ein Flächenangriff, der mich... Ach komm, egal. Ich raff's nicht, ey. Ich raff's wirklich gar nicht. Egal, den Boss oder Halbboss. Hier machen wir jetzt mal down. Sehr schön. Ja gut, der Finisher von ihm ist nicht schlecht. Das muss man sagen. So, jetzt ist da... Was sehen wir da? Kann ich hier machen? Nichts. Hier komme ich noch nicht durch. Und hier oben kriege ich Schaden, wenn ich dagegen springe. Kann ich irgendwie meinen Schar wechseln? Konnte ich sonst irgendwas? Nö, ne? Also, ich springe mal einfach wieder dämlich hier hoch. Und das war's, oder was? Jetzt komme ich hier auch nicht weiter. Also, hier kann ich dann Pfeil draufballern, um dann generell wieder wegzukommen, oder was? Ja, das war's schon. Okay, da unten wäre ein Geheimnis, wenn wir das Geheimnis lüften könnten. Könnten. Ja, so irgendwie halt. Kommst du da nicht hoch? Okay, kann ich irgendwie das Eis wegballern? Habe ich das letzte Mal probiert? Anscheinend kann ich's nicht. So, und was kann ich hier machen? Ah, okay. Das sieht doch geheimnismäßig. Jo. Ach, so eine Scheiße, eh. Moment mal, kann ich so? Oh Gott. So, und dann hier rüber. Moment mal, das müsste eigentlich gehen, vom Winkel her. Genau, sehr schön. Dann geht's ein bisschen einfacher, sag ich mal. So, und was hätte ich jetzt da besser machen können? So ranspringen und dann hochziehen. Genau, und dann so ranspringen und hochziehen. Und dann rüberspringen und Glück haben. Oh, nee, nee. Oh, das geht mir jetzt schon gerade auf den Wecker. Aber das, da muss ich hinbekommen. Das geht schon irgendwie. So, neue Geheimnisse lüften. Hier in Geheimnis-Town. So, jetzt aber. Oh, was mache ich? Oh Gott. Was für ein beschissener Schlag. Muss ich da überhaupt hin? Äh, wo kam ich her? Doch, ich muss da hoch, oder? Ah, nee, Quatsch. Unten gab's noch eine andere Tür. Da wär's auch noch reingegangen. Wahrscheinlich bin ich jetzt wieder an einem normalen Geheimnis vorbeigegangen und gehe den normalen Weg. So wie man das von mir kennt. So, Kushi, kannst du irgendwas? Was ist, wenn ich nach hinten drücke und A mache? Nee, also Kushi geht mir irgendwie auf den Sack. Der finischt zwar irgendwie cool. Also vielleicht für Finisher ist der ganz witzig. Um dann so hoch zu fliegen und seine Fähigkeit da zu machen. Aber konnte der nicht irgendwie seine Form wandeln? So, irgendwas war doch da. Ups, jetzt hab ich Spezialfähigkeit wieder genutzt. Vielleicht kann ich Spezialfähigkeit nur, wenn er so an der Eule dranhängt. Das wär noch möglich. Das könnten wir nochmal testen. Oh, und jetzt kommt der Finisher, glaub ich. Der trommelt irgendwie Leute zusammen. Und da geht's mal ordentlich auf die Mütze. Oh, oh, oh. Ja, da sind schon ein paar Leute unterwegs gerade. Irgendwie so gefühlt. So, hier. Was mit der Brücke? Was geht denn jetzt ab? Hä? Äh, jo, alles klar. Weil der Gegner jetzt da in die Zacken gefallen ist, ist der ganze Kampf jetzt resettet worden, oder was? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Mann, ey. So, jetzt aber. Wenn ich die da hinten in die Falle locke oder sowas ähnliches. So, komm. Und mach deinen super Sturzflug-Dingens. Ach, schade. Jetzt können noch... Oh, jetzt fliege ich wieder in die Eisstacheln rein, oder was? Mann, der ist jetzt echt verklickern. Jetzt kommt der gleich angeflogen. Das könnte ein bisschen glücklicher gerade laufen. Irgendwie muss ich gucken, dass ich den schnellstmöglich wegbekomme. Ah, jetzt ruft er, glaub ich, seine Leute. Baller ihn weg. Jawohl, sehr schön. 28 Erfahrungspunkte. Ist schon etwas sinnvoller. Ist das jetzt ein Geheimnis, wo ich hier bin? Ist das kein Geheimnis? Was geht da oben ab? Nix. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich ein Geheimnis lösen in die andere Richtung, nehme ich mal fast an. Nö, auch nicht. Weiß ich nicht. Okay. Was, wenn ich da nach oben schieße? Geht das Ding unter mir runter? Nee, geht's nicht. Okay, gib Gas. Gib Gas. Sehr schön. Ja, das hier ist doch der offizielle Weg, oder? Oh, ich habe wieder irgendwas übersehen. Es ist zum Kotzen. Äh, ja, alles klar. Gut, hier muss ich hoch. Springen wir mal ganz gemütlich hier hoch und sind an einem Speicherpunkt. Ich kann es gar nicht glauben. Auch die Augen zu Frau, ne, die Haare zu Frau, äh, Frau, Mann und Frau. Ich kann es nicht mehr unterscheiden. Die kann es auch noch nicht fassen. So, ach so. Jetzt fängt er wieder doof rum. Moment, ich schlade es erstmal in meine Spezialfähigkeit ab. Auf, jetzt vielleicht. Und das aber, ist das ein Spezial? Nö. Der kann nichts Spezielles. Will der mich verarschen, oder was? So, jetzt gibt es hier mal einen Stein auf die Mütze. Kushi, was ist da mit dir? Also, Kushi gibt mir irgendwie Rätsel auf. Kushi und ich, wir werden nicht beste Freunde. Das muss ich mal irgendwie mal wieder angucken oder trainieren oder was auch immer. Vielleicht kriege ich irgendwann später mal eine Möglichkeit. Gut, der ist nicht schlecht. Der macht schon einen schönen Schaden. So ist es nicht. Also, man kann ihn schon gebrauchen mit seinem Sturzflug da. Das ist schon nicht verkehrt. Ach so, genau. Und wenn ich jetzt attackiert werde, dann werde ich vom Vogel runtergeholt, oder was? Deswegen hat er eben so auf dem Boden gelegen. Nicht, weil ich nicht genügend attacken. Ich dachte eigentlich, ich müsste das mit mehreren Attacken da irgendwie aufladen. Aber das muss ich gar nicht. Sondern ich muss einfach nur aufpassen, wenn er da am Vogel rumhängt, dass er nicht zu viel Schaden frisst, wie jetzt gerade. Hat ein bisschen blöd geguckt, unser Kushi, oder? Ich weiß nicht, was los ist mit ihm. Das hat ihm nicht so gefallen. Ja, das Kampfsystem ist immer noch cool. Auch wenn ich nur planloses Zeug mache irgendwie. So, Kushi. Jawohl. Schöner Sturzflug. Ja, der Angriff. Also nach unten drücken und A, der ist auch ganz cool. Dieser Sturzflugangriff da, der macht auch schönen Schaden. Ich weiß es ja auch nicht. Moment mal. Wo ging das? Gruppe auswählen. Charakterinfo. Doch, da ging es. Charakterinfo. Attack verstärken. Das ist sein Spezial. Genau. Was kann er hier? Konzentriertes Feuer. Ich glaube, das hat mir doch immer ganz gut gefallen. Wegschleudern von Feinden. Moment mal. Steht da was genau? Kann mehrere Feinde in Luft schleudern. Das könnte es auch gewesen sein, was mir gut gefallen hat. Kushi. Passiv. Über die Modi. Aha. Kushi und Altun haben zwei Modi. Reiten und Stehen. Sie haben unterschiedliche Angriffe, die von ihrem Modus abhängen. Achso, Modi wechseln. Achso, genau. Kushi kann mit Attack hoch auf Altun reiten. Zum Absitzen kannst du Attack runter benutzen. Und Hochfluch beim Reiten verbraucht... Hoch... Hä? Achso. Ja gut, alles klar. Also wenn der dann so an ihm dran hängt und ich fliege dann hoch, mein kompletter Angriff wird dann gefressen von Attack hoch sozusagen. Dafür mache ich dann aber mehr Schaden. Okay. Jo, keine Ahnung. So Sachen mag ich nie so vom Spielsystem her. Wenn man da zu viel so hin- und her-Geschichten hat. So von wegen, häng dich hoch, häng dich da ran, mach dies, mach jenes. Das nervt mich immer. Muss ich da irgendwas abballern, dass da irgendwas freigeschaltet wird? Nö. Also dass ich da auch irgendwie hochklettern könnte? Nein! Nicht aufgepasst. Oh, habe ich Glück gehabt? Oh nein, jetzt habe ich kein Glück gehabt. Oh, jetzt war es fast Glück. Scheiße. Was mache ich denn da? Ja gut, da oben komme ich nicht weiter. Ich muss hier unten weiter. Ja, das war definitiv. Bin ich da irgendwie? Moment, wie konnte ich auf die Karte gucken? So irgendwie? Ja, natürlich bin ich falsch gelaufen. Ist ja wieder klar, ne? Boah, ich blick's aber auch gar nicht mehr. Ich bin bestimmt schon an etlichen Geheimnissen vorbeigerannt. Bin es saudumm. So, zum Beispiel hier in der Mitte, das ist safe ein Geheimnis, oder? Da sind wir uns doch sicher. So, jetzt hier. Geheimnis! Nein! Nein! Sehr schön. Nein. Okay, alles klar. Wir haben es ja irgendwie bekommen. Wir sind zwar jetzt ein bisschen angeschlagen. Ich weiß nicht, ob das hier Leben wiederherstellt. Wahrscheinlich nicht, wenn ich den hier durch die Gegend prügele. Ich hänge mich jetzt mal an Kushi ran. Also hier, der hängt sich jetzt ran. Genau, jetzt habe ich das mal halbwegs gerafft. Der hängt jetzt da dran. Und dann kann ich irgendwie andere attacken. Jetzt hier. Oh! Oh! Sehr nice! So, die Multi... Das gefällt mir gut. Dass der so mehrere Leute angreift, das finde ich nicht schlecht. Gerade so viele Gegner hier. Das ist definitiv nicht schlecht. Kann der jetzt, wenn er an Kushi dranhängt, da irgendwas Spezielles machen? Hätte ich können rausfinden, wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und hätte einfach gestartet. So, bäm. Oh, der ist auch nicht schlecht hier. So, Kushi. Kushi. Nein. Blocken. Blocken. So, jetzt muss ich echt mal ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht nur Blödsinn mache. So, was konnten der noch? Konzentriertes Feuer da irgendwie konnte er. Gut, dass da ist kein konzentriertes Feuer. Achso, und jetzt lädt der, weil er an Kushi dranhängt, nur so langsam auf, oder was? Verstehe ich das richtig? Er kommt ja gar nicht mehr in die Gänge. Hier, unser Kollege. Jetzt braucht er richtig lang, um aufzuladen. Und unsere Hauptdarstellerin ist down. Traumhaft. Die Hauptdarstellerin. Wir kennen sie nicht. So, Kushi, mach was. So, aufheben. Alle aufheben. Sehr schön. Kommt wieder in die Gänge. Uns muss was einfallen, Jungs, Mädels. Und blocken sollten wir auch mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, kriegen wir mal einen wenigstens von denen down. Die sind ja richtig heftig, die Biester da. So, hier. Und hau mal rein. Genau, bam. Oh wei, oh wei, oh wei. Ich habe ja alles verlernt. Oh, oh, oh. Kushi, mach was. Genau, Kushi macht einen Sturzflug. Das ist schön. Oh, die hauen ja auch rein. Das ist ja Wahnsinn. Wollen die mich komplett da downen? Das ist ja echt der komplette Irrsinn. Die wollen nicht downen. Wer kennt es nicht? Oh, ein traumhafter Angriff, wie ich finde. Oh, was ist dann? Mann ey, bin ich genervt. Hier, mach die mal down. Ey, ich mache echt null Schaden. Ah, wir haben die Plattform aktiviert. Auch mal nicht schlecht. So, und der macht wieder seinen Sturzflug. Das kann nicht schaden. Ja, die ist wieder down. Das kann schaden. Levelaufstieg 400 Erfahrung. Das war ein schwerer Kampf anscheinend. Okay. Okay. Auch mal gut zu wissen. So. De Kushi. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr so ganz gut findet. Ob ihr Kushi da gut findet oder wen auch immer ihr gut findet. Irgendeine andere Kushi. Ich glaube, Rasmi war noch ganz geil mit den Pländen da. Das war ganz cool. Weiß ich nicht. Was haben wir noch so am Start gehabt, die Gruppe? Ja, Gegensingen und Honig konnten nur doof rumheilen. Der Tunga. Ja, der war eigentlich noch ganz gut. Der hat auch viel HP und fällt nicht ständig um, oder? Ich würde einfach sagen, den hole ich mal wieder mit in die Gruppe. Muss mal mit denen mal wieder angucken. Was konnte der eigentlich? Wirkungsbereich. Trifft alle Feinde in einem Radius um ihn herum. Das ist natürlich auch gut. Und da muss er nicht doof rumfliegen und so. Da muss ich nicht darauf aufpassen. Und er lädt sich auch immer wieder schön auf. Er hat auch schöne Angriffswerte hier. Angriff und TP-Werte geschickt, ist er nicht so. Und hier Kushi. Ja, beides schlechter eigentlich. Ja, keine Ahnung. Würde ich mal sagen, können wir so lassen. Was ist das mit dem Herz 12 da? Ich glaube, das ist so eine Gruppenzugehörigkeitsfunktion. Anja ist ja unsere Hauptdarstellerin. Ich glaube, die kann ich auch nicht auswechseln. Nein, kann ich nicht. Oder? Ist doch so. Nein. Anja muss immer mit am Start sein. Ist doch so. Tunga, ja klar. Ich habe die ja gerade so gewechselt. Ja, das ging. Ja, aber Tunga hol mal wieder mit. Ja, also sie ist immer mit am Start. Und dann die anderen finden halt das dann irgendwie gewissermaßen gut oder schlecht. Wie auch immer. Dann sind die da mit am Start. Und ja, Tja findet das immer noch schlecht natürlich. Anja ist halt neutral. Logischerweise sind wir. Und Tunga liebt uns zu 10 Herzen. Und Sepai liebt uns zu 12 Herzen. Und Kushi hat uns eigentlich viel geliebt. Aber viel Geliebte. Ja, die Liebe wird nicht erwidert. Und deswegen ist er auf der Reservebank. Ja, so irgendwie läuft das. Ich würde sagen, wir machen den nächsten Part an der Stelle weiter. Macht auf jeden Fall echt wieder richtig Laune, muss ich sagen, das Game. Ich freue mich drauf, wie es hier weitergeht. Ja, so langsam eröffnet sich ja so zumindest mal ein bisschen was. Ich bin mal gespannt, wie Metroidvania das Ganze wird und man wirklich dann irgendwie nochmal zurück kann in die alten Städten und so. Das wäre schon wichtig, weil da ist relativ wenig. Was war Aringsel? So hießen die Dinge. Ja, auch mal nicht schlecht, das zu wissen. Da ist relativ wenig, was wir entdeckt haben. Aber egal, wir machen weiter straight away. Und dann können wir uns das später mal wieder ansehen. Vielleicht irgendwelche Geheimnisse lösen, wenn wir später Fähigkeiten von Endgame oder so haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, wünsche euch einen schönen Tag, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.